Einen wunderschön, liebe Leute. Viele von euch kennen vielleicht das Problem, wenn man Audioaufnahmen macht, zum Beispiel für Let's Plays oder irgendetwas anderes, wo ihr Hintergrundmusik oder sonst etwas haben wollt, dann spielt die Lautstärke eine sehr entscheidende Rolle. Und je nachdem, wie ihr so normalerweise sprecht, sprich mal ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser, kann es dazu kommen, dass die Lautstärke sehr stark innerhalb eines Videos schwankt. Gerade bei Let's Plays ist das Ganze problematisch, denn wenn der In-Game-Sound sehr laut ist und ihr flüstert etwas oder seid weiter weg vom Mikrofon, geht das natürlich gnadenlos unter. Dagegen helfen normalerweise Effekte wie Kompressor, Limiter und ähnliches, aber nicht jeder möchte sich da gerne so ausführlich einarbeiten. Aus dem Grund zeige ich euch heute ein Programm, was euch das Ganze sehr, sehr vereinfacht. Ich habe euch zunächst einmal eine Testaufnahme gemacht, in der alles von relativ leise bis relativ laut drin vorkommt und die hören wir uns jetzt erst einmal an. Eine kleine Testaufnahme zum Thema Dynamikumfang. So bin ich nämlich sehr, sehr leise und relativ weit weg vom Mikrofon und das soll man genauso gut hören, wie wenn ich zum Beispiel sehr laut rede. Das Ganze kurz mal übersteuern ist, ich möchte hinterher nämlich einen einheitlichen Pegel bei der ganzen Geschichte haben. Ja, wie ihr gehört habt, man hat hier keinen einheitlichen Pegel, es schwankt sehr stark in der Lautstärke. Sieht man auch hier an den Ausschlägen und ja, dagegen will ich euch jetzt ein kleines Programm zeigen, was mit einem Klick im Prinzip das macht, was ihr sonst mühselig einstellen müsst. Natürlich keine perfekte Universallösung, aber zumindest gerade für die Einsteiger oder die, die es sich einfach machen wollen, definitiv einen Blick wert. Das Programm nennt sich Levelator, das habe ich hier schon mal installiert und starte es und es ist wirklich nicht mehr als dieses kleine Fenster hier. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Zunächst braucht ihr eine Aufnahme, die habe ich hier und die müsst ihr einfach nur hier reinziehen. Der Rest passiert von ganz alleine, das Programm rechnet das einmal durch und macht verschiedene Dynamikbearbeitungen. Unter anderem Limiter, Kompressor und sonstige Sachen. Es wird nicht genau beschrieben, was das Programm exakt macht, aber diverse typische Dynamikverarbeitungen finden statt, damit ihr hinterher einen guten einheitlichen Pegel habt. Das Ganze ist auf Sprachaufnahmen optimiert und wenn ich jetzt das Ganze mal reinziehe, sieht man schon den Unterschied. Während ihr hier oben, ihr seht, das ist die gleiche Aufnahme, relativ viele Pegelschwankungen habt, ist das hier unten recht homogen. Und wenn wir uns jetzt dagegen mal die zweite Aufnahme, sprich die Bearbeitete anhören, hören wir auch direkt den Unterschied. Eine kleine Testaufnahme zum Thema Dynamikumfang. So bin ich nämlich sehr, sehr leise und relativ weit weg vom Mikrofon und das soll man genauso gut hören, wie wenn ich zum Beispiel sehr laut rede. Das Ganze kurz vor dem Übersteuern ist, ich möchte hinterher nämlich einen einheitlichen Pegel bei der ganzen Geschichte haben. Und das war es auch im Prinzip zu der Geschichte. Einen Tipp kann ich euch dabei aber noch geben, denn wenn ihr jetzt gerne noch ein bisschen Equalizer oder sonstige Sachen anwenden wollt, macht das am besten vorher. Denn danach ist das Ganze so weit verstärkt, dass wenn ihr jetzt noch mit dem Equalizer irgendwelche Frequenzen in die Höhe zieht, dass es dann schnell zum Übersteuern neigt. Deshalb erst Equalizer und sonstige Sachen anwenden, dann in das Programm schmeißen und das Ergebnis direkt verwerten. Das war es von mir und ich hoffe, ich konnte euch helfen.